moin zusammen das ist ein kurzes kleines update video für die leute ich habe es eben schon für den video gesagt zu brischen artitekt wir haben ja hier einige zuschauer die schauen immer nur die eine einzige video reihe an die anderen nicht falls er es noch nicht mitbekommen hat ich bin jetzt schon länger stationär im krankenhaus und nur immer mal so einen halben tag die woche daheim deswegen gab es ab und zu mal ein satisfaktere video was so eine halbe stunde ist kaum geschnitten und so ein kram das konnte ich machen aber nicht alle und in der zwischenzeit gab es ja auch wenn man so will die richtige early access version von brandcrafter das ist ja die prolog noch hier seht ihr den den spielstand den wir das letzte mal hatten ich auch auch rechts steht ja hier you reach the end of the prolog by the full game jaja muss ich gucken ob man dann die richtige version machen ich muss mir das noch mal anschauen was genau dann da wirklich zusätzlich reingekommen ist oder ob ich dann die ersten levels wenn man so will alleine machen keine aufnahme wenn das wieder genau das gleiche hier ist in grün wie das hier und dann geben wir mal bescheid weil aktuell ende mai soll es wohl aus dem krankenhaus rausgehen und dann wieder im juni daheim und dann gucken wir mal da gibt es auch wieder mehr video es gibt ja auch vielleicht ein paar neue spiele die man sich anschauen kann eins wurde ja leider verschoben das sollte im mai kommen das wurde verschoben ich glaube auf august bin mir jetzt aber gar nicht sicher das wollte ich eigentlich spielen das war keine ahnung mehr sind aber entfallen aber kommt also wisst ihr bescheid ich bin noch da ich lebe noch hier wächst können wir ein bisschen monat anbauen oder so dann weltwirtschaft machen also ihr wisst bescheid ne ich bin noch da nicht vergessen bis dann ciao